Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag, immer wieder mit Starten, zwar bei der nächsten Revue der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um die Outdoor-Smartphones und zwar einmal um das Blackview, das BV 7000 Pro und einmal um das Creve Mark 5 Touch oder Tough, nicht Touch, um Gottes Willen. Das hier ist das Creve Mark 5 Tough und das hier ist, wie gesagt, das BV 7000 Pro. So, beides Outdoor-Smartphones, im Endeffekt sind die beide auf 5 Zoll Größe, was an sich gar nicht so schlecht ist. Die haben halt einen Displayunterschied, einmal von 1280 zu 720p, beziehungsweise hier von 1080 x 1920 Full HD oder 1920 x 1080, beide auf 5 Zoll Basis. Im Endeffekt, Outdoor-Smartphones, was ist denn das eigentlich? Wir gucken uns diese Dinger mal so im Vergleich an. Man sieht hier schon mal die Robustheit, die definitiv hier schon mal an sich gegeben ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Ausführungen, die so oder so mit Metall, Alu, Plastik überzogen sind. Hier bei dem linken, was jetzt hier zum Beispiel das Creve ist, der hat hier die Möglichkeit, dass wir den Akku hier auswechseln können. Das geht, glaube ich, bei dem Blackview. Muss ich gerade mal überlegen. Geht das bei dem Blackview? Ich glaube nicht. Beim Blackview müssen wir die SIM-Karte hier an der Seite einschieben und können den Akku nicht wechseln. An sich beides gute Smartphones für den Outdoor-Bereich, also Baustellen, Handys, ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil es auch ganz passend klingt zu der Sache. Und haben natürlich einen Unterschied vom Speicher her. Da haben wir hier einfach die Specifications. Wir gucken uns den ganzen Spaß jetzt hier einfach mal an. Und zwar haben wir jetzt hier einmal die Möglichkeit, die Daten direkt nochmal zu sehen von dem Creve Mark V. Die habe ich jetzt hier einfach mal über Amazon direkt rausgepickt. Und zwar haben wir hier die 1280x720p. Ich habe das Handy ja im Einzelnen schon mal vorgestellt. Hat den Prozessor MTK6735, 1 GHz Quad-Core mit 2 GB RAM, was an sich schon wirklich ordentlich ist, 16 GB ROM. Davon sind natürlich nicht alle nutzbar. Eine 13 Megapixel Hauptcam und eine 5 Megapixel Frontcam mit 4700 mAh, Bluetooth, GPS, FM-Radio, Android 6. Doppel-SIM, das ist schon mal ganz wichtig. Dual-SIM ist für mich immer so ein Kriterium. Da könnte man auf jeden Fall dann einmal die Arbeitsnummer reinpacken und natürlich auf der anderen Seite auch die Privatnummer. IP65. Das ganze Ding kostet 149 Euro gerade zur Zeit. Ich glaube, wo ich mir das schon mal angeschaut habe, da war es schon mal etwas teurer. Aber so weit, so gut ist das ja nicht schlecht. So, wir gucken mal ganz kurz. Wie gesagt, das ist das Creve Mark V Tuff. Wir gehen mal direkt in die Beschreibung rein. Da muss ich das hier wenigstens nicht alles auswendig runterlabern. Und wir schauen uns das Ganze nochmal zusammen an. Das Ding hat hier zum Beispiel eine extrem große Batterie mit 4700 mAh, was wirklich eine ganze Menge ist. Wenn es denn so stimmt, ich wollte das sowieso nochmal testen. Quad-Core ist ja heutzutage auf jeden Fall das Minimum. Ansonsten gibt es ja Octa-Core oder Deka-Core, was 8- oder 10-Kernprozessoren so an sich sind. Und die Kamera hat eine gute Qualität. Ich werde dazu auch nochmal direkt Videos online stellen mit den 720p und 1080p Bezeichnungen. Je nachdem, wie viel das Smartphone auch schafft. Wobei die Displays sich beide, wie gesagt, nicht viel nehmen. Hier sind die Spezifications. Beim Multi-Touch haben wir bei dem Creve 5 Punkte. Kann ich gleich vorweg nehmen. Hier habe ich es letztens erst getestet. Das hat 10-Touch-Funktionen. Ich meine, ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie mit 10 Fingern, außer bei diesem Antutu-Benchmark-Test, habe ich noch nie mit 10 Fingern auf dem Smartphone rumgehämmert, weil es einfach auf 5 Zoll ist viel zu wenig Platz. Dann haben wir IPS-Displays bei beiden. Das sind beides IPS-Displays. Das ist schon mal dahingesagt. Die haben eine wirklich sehr gute Farbwiedergabe, finde ich. Und ist auch allgemein so wiedergegeben. Das ist der, wie gesagt, 67-35 MTK Cortex A53 Quad-Comet 1 GHz. Reicht mit 64-Bit-Anbindung eigentlich vollkommen aus. Und hat die Mali 720 drin. Im Gegensatz zu dem anderen Smartphone hier, dem Creve. Wir gucken uns gleich mal die Spezifications beide an. Bei CPU-Z, die habe ich hier bei beiden installiert. Micro-SD-Karte bis zu 32 GB. Wir haben hier bei dem den Vorteil Blackview hat natürlich 64 GB, kostet aber auch 229 Euro im Moment zu 149 Euro. Das an der Stelle erstmal sei gesagt. Die Akkukapazität ist, glaube ich, bei dem Mark V auch teilweise ein kleines Stückchen größer. Hier haben wir die unterschiedlichen Bänder, die unterstützt werden. Wie gesagt, SUA-SIM-Karte. Und wir haben dann einmal die, nee, zweimal die Micro-SIM, genau. GPS mit A-GPS. Und ich glaube, die hier, ich glaube, das hier rechts hat Glown-Ars. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder wie das ausgesprochen wird, der russische Standard. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wi-Fi haben sie beide, Bluetooth haben sie auch beide, FM-Radio haben sie auch beide. Hier ein Material aus Aluminium. Das ist, wie gesagt, Baustellen geeignet. Finde ich jetzt persönlich. Also es sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt zwanghaft runterfallen. Aber es ist auf jeden Fall definitiv ein schönes Smartphone, welches das ein oder andere gut abkann. Es wurde hier auch schon getestet. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt machen. Mit Regen und Staub. Das kann das Ganze gut ab. Wir haben die 4700 mAh-Batterie. Dann geht es hier noch mit OTG weiter. Das heißt, wir können per OTG USB-Sticks, Festplatten, Mäuse oder Tastaturen anschließen, wenn wir da Bock drauf haben. Und wir haben da eine Kamera, die von Sony drin ist. Ah, siehst du, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ist mir jetzt auch noch nicht weiter in den Sinn gekommen, da nochmal nachzugucken. Aber man kann ja immer mal sich schlaus lesen. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz hier bei den Merkmalen nochmal direkt rein. Das sind eigentlich bloß nochmal alle Merkmale hier auf einen Haufen zusammengefasst. 16 MB vielleicht stimmt nicht. Das ist ein Fehler von Amazon hier in der Beschreibung. Das sind 16 GB. Ansonsten würden wir ja nicht weit kommen. 2, 3 MP3-Songs und die Sache wäre geritzt. Produktgewicht 200... Wie viel waren das jetzt? Jetzt wurde Amazon wieder beendet. Ich liebe es. 259 Gramm wiegt das gute Gerät. Also das sind wirklich keine leichten Dinger. Die wiegen schon was. Das sind halt Outdoor-Smartphones. Muss man dazu halt mal sagen. Ja, dann kommen wir jetzt mal an der Stelle zum direkten Vergleich mit dem BV7000 Pro Ultra. Ach nee, Ultra heißt das gar nicht mehr. BV7000 Pro heißt das Gerät. Ultra-Droder 5 Zoll Gorilla Glass. Gorilla Glass glaube ich haben die auch beide. Bin ich mir jetzt bei dem gar nicht so sicher. Müssen wir... Habe ich das eben vielleicht überlesen? Vielleicht hat der einen draufgepasst eben. Ich habe es jetzt nicht bemerkt. Der hat auf jeden Fall 4 GB RAM, 2 GB RAM, 720p Display, 1080p Display. Also schon mal der Unterschied gegeben, auch von der Preis-Leistung her, wenn man das so will. Staubdicht Outdoor-Smartphone mit Octa-Core, Quad-Core mit 1 GHz, Octa-Core Prozessor, 13 Megapixel Kamera so an sich, GPS und Fingerabdrucksensor. Stimmt, das hat das Gerät hier hinten auch noch drauf. Ich werde die beiden hier gleich nochmal direkt nebeneinander halten. Da unten unter der Kamera ist der Fingerabdrucksensor. Wie gesagt, 229 Euro oder 230 Euro kostet der Spaß. Und dann gehen wir mal direkt weiter. Und wir sind sogar... Das ist ein bisschen leicht. Ja tatsächlich, wenn ich jetzt so direkt anfasse, stimmt. Was hatte ich hier gesagt? Irgendwas mit 249 Gramm oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier ein bisschen leichter bei 229 oder so. Habe ich glaube ich gerade gelesen. Das ist jetzt das Neueste von Blackview. Und zwar im Februar kam es raus mit 223 Gramm. Also knapp 20 bis 30 Gramm Unterschied zwischen dem hier und dem hier. Allerdings ist auch der Akku etwas kleiner. Darum wird das Gewicht von der Sache her auch etwas weniger ausfallen. Hat auch Android 6.0. Allerdings hat es einen Quad-Core mit 1,5 GHz. Der Cortex A53. Und insgesamt ist da ein Octa-Core. Also der MT6750T. T steht für Turbo. Und dann geht das Ganze gut ab. IPS-Display mit 5 Zoll. Die Full-HD-Auflösung. Multi-Touch. Und wie gesagt, 2 GB mehr RAM. Also 4 GB RAM hat das Blackview. 2 GB RAM hat dieses ganz normale Creve Mark V. Tough. Was haben wir sonst noch? Wir haben natürlich die internen Angaben. Wir haben hier 16 GB ROM. Bei dem Creve Mark V. Und bei dem Blackview BV7000 Pro. 64 GB ROM. Finde ich persönlich ziemlich geil. Plus nochmal Aufrüstung per Micro-SD-Karte. Das heißt, da kann ordentlich was drauf gespeichert werden. An Material. Auch wie gesagt, von dem Blackview werde ich nochmal direkt im Vergleich nochmal Videos machen. Von der HD- oder Full-HD-Kamera. Je nachdem in den Video-Qualitäten mit Sprachansage, was gerade welche Qualität ist. Wir haben hier auch eine LiPo-Batterie drin mit 3500 mAh. Finde ich wieder ein bisschen witzig. Da baut man hier in dieses kleine 720p IPS-Display mit 1 GHz Quad-Core 4.500 mAh ein. Und hier baut man bei dem Riesenflagschiff mit Octa-Core-Prozessor an der Stelle dann nur 3500 mAh ein. Das ist natürlich auch ein Witz. Wobei der Platz ja hier gegeben wäre. Und man muss aber sagen, dass man hier den Akku nicht, also ich glaube zumindest, man kann ihn glaube ich nicht austauschen. Oder man müsste hier alle diese Schrauben hier ringsherum erstmal herausnehmen. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ja gut, so das war es an der Stelle schon mal. Wir haben ja Beschleunigungssensor Kompass. Kompass ist noch ganz wichtig. Kompass funktioniert direkt, ist eine App vorinstalliert. Dann kann man den Kompass direkt nutzen. Ich schwenke hier zwischen weit und nah. Das macht das Objektiv so lange nicht mit vom Smartphone. Aber ist klar. Okay, was haben wir sonst noch hier? Gorilla Glass 3 und Dual SIM. Sagt er mir jetzt hier zum Beispiel. Weil ich eigentlich der Meinung war, dass ich hier gelesen hatte, dass hier nur eine SIM-Karte reinkommt. Müssten wir mal schauen, wie wir das hier überhaupt rausbekommen. Da gibt es ja immer so einen Trick eigentlich bei. Müssten wir mal schauen. Also auf jeden Fall gucken wir uns jetzt die Geräte mal direkt so im Detail nochmal an. Die Unterschiede sind definitiv schon mal da. Das ist schon mal ganz normal. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwie muss man das Ding rausfummeln können. Wie? Weiß ich allerdings auch noch nicht. Wir drücken einfach mal hier rein. Dafür wird es glaube ich gut sein. Und dann kommt er raus. Und dann haben wir hier einen Haken. Das ist echt witzig gemacht. Und dann gehen wir da rein und ziehen den Schlitten raus. So. Und dann passt da... Ach doch, Dual SIM. Siehst du? Also war es doch ein Dual SIM. Ich habe letztens gelesen in einem Vergleich. Weiß ich nicht, aber es gibt eigentlich nur einen BV7000 Pro Modell. dass der nur eine SIM-Karte unterstützt. Na gut, das stimmt so gesehen schon. Weil hier steht einmal SIM-Karte und SIM-Karte 2. Also SIM 1 und SIM 2. Und wenn ihr eine SD-Karte einsetzen wollt, ist das ein Hybrid-Slot. Das heißt, wir haben hier dann eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte und eine SIM-Karte sozusagen mit drin. Und ruckzuck haben wir natürlich entweder einen Single-Slot oder ein Dual-SIM-Indy. Ja, das Ganze wird dann per Schlitten hier wieder eingeführt. Also ist es doch auf jeden Fall Dual-SIM-fähig. Das ist schon mal nicht schlecht. Habe ich das jetzt hier gerade wieder irgendwie? Ach so, es geht auch wirklich nur in eine Richtung rein. Das ist schon mal sehr praktisch. Also man kann es nicht falsch einsetzen. Nun sitzt das Teil drin. Und dann drückt man hier wieder drauf. Am besten ideal so das Reindrücken, dass es dann wirklich so stimmt, dass nichts passieren kann. Wir haben jetzt hier in der Detailübersicht nochmal, ich habe da wie gesagt extra Reviews eigentlich für beide gemacht, aber im direkten Vergleich nochmal. Hier haben wir auch eine Alu-Außenhülle. Dann haben wir hier die Plastik-Buttons. Auf der rechten Seite einmal die Volume-Taste, laut, leise, Power-Button. Das Coole finde ich bei den Baustellen-Smartphones, ich nenne sie jetzt einfach mal so, diese Schraub, diese Verschraubung sieht schon unheimlich geil aus. Sieht man sonst an sich nicht. Unten auch hier wieder dasselbe Spiel. Allerdings wichtiger Unterschied zwischen den beiden ist, das Gerät hat hier, ich wollte es schon gerade sagen, hat es nicht. Es hat USB-Typ C. Das heißt, das ist dieser runde Anschluss hier, USB-Typ C. Mal ganz kurz das Kabel hier ins Bild gehalten. USB-Typ C sieht so aus. Also direkt dieser hier. Das ist also dann nicht Micro-USB, sondern genau der neueste Anschluss der Generation, womit man dann auch eingeschränkt ist zwischen den Ladegeräten. Hier sieht das Ganze nochmal so einigermaßen gut aus. Und Micro-USB ist ja universal eigentlich überall verfügbar. Das hat das hier zum Beispiel, das Creve Mark 5 TUF, hat Micro-USB und der halt USB-Typ C. Kann man sich zwischendurch nochmal belesen. Also man hat zwar ein mitgeliefertes Kabel, was mir aber aufgefallen ist, jetzt habe ich gerade kein zweites USB-Typ C-Kabel griffbereit, beziehungsweise ich müsste erst noch eins holen. Ich sage es aber einfach trotzdem mal. Wenn ich jetzt so sehe, bei meinem Umi Super habe ich ja auch USB-Typ C. Da ist dieses Kabel hier zum Beispiel länger. Was soll der Mist? Das heißt, wir haben ja hier einen ziemlich tiefen Eingang. Jetzt habe ich es schon wieder zugemacht. Hier, das ist das Ungünstige. Die Hersteller haben Kabel zum Beispiel mit beibelegt, wo das USB-Typ C-Kabel hier oben länger ist. Um 1, 2 oder vielleicht 3 mm. Nicht spürbar, aber man sieht es definitiv. Damit komme ich hier ins Gehäuse rein. Passt auf. Und dann macht das. Klack. Und dann bin ich drin. Nehme ich jetzt aber so ein Drittparty-Hersteller-USB-Typ C-Kabel, was hier vor mir dicker ist, kann ich das Handy nicht mehr aufladen. Weil genau das ist mir nämlich passiert. Ich habe so ein, ja, ein nicht brechbares Kabel, sage ich mal, was ich für das Umi Super mitnutze. Und da ist ja der Ausgang, Moment, sehr gut zugänglich an der Stelle. Sprich, der Ausgang ist so. Ich muss nirgendwo gleich rein. Der Anschluss ist direkt zugänglich. Also ich komme rein, egal welches USB-Typ C-Kabel ich habe, funktioniert ohne Probleme. Wichtig hierbei ist bloß, dass das hier wahrscheinlich gar nicht möglich sein wird. Kaufst du dir hier also ein USB-Typ, Typ C-Kabel, was zu dick ist, passt das hier nicht rein und du kannst dein Handy nur mit Original-Kabel aufladen. So wie es der Hersteller ja eigentlich auch immer möchte. Ist natürlich sehr ungünstig. Da hofft man natürlich, dass es dann nie kaputt geht, weil USB-Typ C ja mehrere tausend Male ein- und ausgesteckt werden kann. Das müsste das Handyleben aushalten. Klappt ja bei Micro-USB eigentlich auch. Ja, dann auf der linken Seite haben wir das SD-Karten-Slot beziehungsweise das SIM-Karten-Slot. Ansonsten, die Seite sieht genauso geil aus. Hat hier so ein bisschen geriffelte Grifffläche, sodass man richtig gut zugreifen kann. Also es liegt optimal in der Hand, wie man hier so sieht. Man hat hier sogar noch einen Auslöser. Ich glaube, für die Fototaste kann man das Ganze entweder programmieren oder es ist sogar schon so programmiert. An der Oberseite der Kopfhörerausgang. Der Kopfhörerausgang ist Gott sei Dank so. Nicht so weit drinnen wie der USB-Typ C-Stecker. Allerdings auch hier wird es schwierig. Hast du dicke Eingänge, beziehungsweise hast du einen dicken Klinkenstecker. Ich habe solche ganz, was heißt alten, aber schon ältere Philips- und Sennheiser Kopfhörer. Die passen da einfach nicht rein. Das ist ein Unding, weil das Ding einen Adapter braucht dann wieder. Das heißt, du musst dir so einen Adapter mit Mikrofon und Kopfhörerstecker nach oben rausgehen lassen und dann erst die Kopfhörer reinbauen lassen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das weiß man auch nicht vorher, muss ich sagen, bevor man sich das Ding kauft. Deswegen mache ich das Video jetzt hier einfach mal. Aber so sieht es nochmal aus. Ansonsten, wie gesagt, die Verarbeitung ziemlich geil. Hier hinten, also die Back-Ansicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die fasziniert mich. Die habe ich ja jetzt auch direkt hier als Thumbnail genommen für die Review von dem Blackview, weil ich finde, die Optik sieht einfach mal geil aus. Hinten hast du hier wirklich, das ist zwar Plastik, das ist, ja, das muss Plastik sein. Das hört man ja schon. Auf jeden Fall, diese Optik sieht geil aus. Du hast hier hinten nochmal IP68, du hast hier hinten nochmal den Fingerabdrucksensor, du hast die Kamera, du hast hier die LED, wo du auch Taschenlasmenfunktion gleich mit drin hast, du hast hier unten den Lautsprecher, du hast eigentlich alles, was man braucht. Das heißt, wir gucken uns das ganze Gerät jetzt mal an, indem wir den hier mal anschalten. Was ich auch geil finde, werdet ihr gleich sehen, von Natur aus, sage ich mal, out of the box, hat das ein geiles Hintergrundbild. Sieht so richtig schön edel aus, wenn man das Handy so anmacht. Hier bei dem hier, habe ich ein bisschen rumgespielt bisher, aber habe jetzt hier nur ein paar Programme eigentlich draufgehauen. Wie gesagt, Akkukapazität richtig gut, also für lange Aktivitäten oder Outdoor- oder Baustellenchefs oder was weiß ich, was ihr seid, kann man das Ding gut benutzen, aber auch als Endverbraucher finde ich dieses Gerät sehr gut. Das hat hier abrunden, was ist da los? Das ist nicht mal an und macht schon Geräusche hier, was soll denn der Mist? Alles klar. Gut, hier sieht man es gleich. Ganz kurz mal hier zurück. Hat hier so eine Uhr abfotografiert. Richtig nice. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Hintergrundbild, welches man gerade wieder nicht so richtig sieht, das gefällt mir richtig gut. Das passt einfach mal. Die Optik ist richtig geil gewählt. Richtig schickes Teil. Also wirklich so in schwarz. Ich würde das Hintergrundbild so gleich belassen. Schicke Sache. So, weiter geht's. Kurz hier mit dem Creve Mark V. Hat wie gesagt abgerundete Ecken. Wie man das Ganze hier nicht erkennen kann. Aber jetzt. Also es kann runterfallen. Sollte natürlich nicht unbedingt runterfallen. Hat aber auch hier diese Aluminium-Schienen an der Seite, die auch verschraubt sind. Das ist halt Outdoor-Smartphone. Die Lautstärke, Wippe laut und leise. Oben auch nochmal das Ganze abgerundet. An der Oberseite genau dasselbe Spiel. Ihr glaubt es nicht. Aber genau dasselbe Spiel. Auch hier Micro-USB statt USB-Typ C. Und du kommst mit einem normalen Micro-USB-Kabel nicht rein. Weil guck mal wie tief der Anschluss drinnen sitzt. Da könnte ich mich immer drüber aufregen. Das verstehe ich immer nicht. Was soll das? Warum macht man das? So. Dann Kopfhörerausgang. Das ist genau dasselbe Spiel. Der ist hier drüben. Könnte ich mich auch drüber aufregen. Genau dasselbe Spiel. Passen die dicken Kopfhörer nicht rein. Weil es fehlen zwar nur. Sieht man das hier. Moment. Es fehlen ungefähr 2 mm. Und genau die passen bei den Sennheiser oder Philips Kopfhörern nicht rein. Adapter dran und dann funktioniert der Spaß. Verstehe ich nicht. Warum macht man die nicht. GPS wollen wir noch nicht. Warum macht man die nicht ebenerdig. Das ist mir ein Rätsel warum man das nicht macht. So an sich. Mal ganz kurz Display aus. Auf der rechten Seite haben wir dann natürlich den Powerbutton. An der unteren Seite das Mikrofon. Siehst du habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das sitzt da vorne. Nicht da wo die Lampe ist. Sondern da unten. Da ist das Mikrofon. Schön versteckt. Beim BV7000 Pro ist das hier an der Seite. Ist aber eigentlich relativ geschützt. Also was soll da passieren. Da kann eigentlich nichts passieren. Es geht wieder nicht. Schau was soll der Mist. Jetzt hat er es da unten rechts. Dieser kleine Punkt. So an sich. Im Größenvergleich nehmen die beiden sich nichts. Außer wie gesagt. Dass das High End Modell leichter ist. Und das günstige 149 zu 230 Modell. Halt etwas schwerer. Aber ich finde das. Ich weiß nicht. Ich stehe da auch drauf. Wenn die Smartphones schwer und groß sind. Das ist ja bei dem Umi Super genauso. Der Witz. Wenn ich das Ding hier so vor mir sehe. Also das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schwer. Aber ist mir scheißegal. Also kann das Handy ruhig 300-400 Gramm wiegen. Würde mich nicht stören. Wenn es dann wenigstens auch seine 4-5 Tage Akkulaufzeit hätte. Was mit den beiden gar nicht so schlecht läuft. Hier mit dem hier. Das habe ich schon mal eine ganze Weile im Außenbereich. Ich sage ich mal testen können. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und na gut. Hier allerdings ist nicht weiter schlimm. Ich habe hier die Schutzfolie zwar noch drauf. Aber hier der erste Kratzer ist schon drauf. Ist ja nicht weiter schlimm. Das sollte hier nicht passieren. Weil Gorilla Glass 3. Das ist schon mal eine sehr coole Sache. Und somit eigentlich ziemlich geschützt. So jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Jetzt CPOZ wie gesagt. Hatte ich gesagt. Müssten eigentlich bei beiden installiert sein. Soweit ich weiß. Weil ich mache eigentlich immer CPOZ drauf. So dass man direkt einmal schauen kann im Vergleich. So. Sehr gut. Da brauche ich wenigstens nicht mehr automatisch scharf stellen. Automatisch manuell meinte ich. Auf jeden Fall jetzt hier links wie gesagt das Creve Mark V Taf. Rechts das BV7000 Pro Blackview. Display. Wie gesagt. Ich halte die eigentlich nebeneinander. Sind gleich groß sind ja 5 Zoll Modelle. Dann haben wir hier wie man sehen kann. Einmal links den MT6735. Und hier den 6750. Heißt die schnellere Variante mit 1,51 GHz. Und hier links mit 1 GHz. Quad Core, Octa Core. Das heißt der Octa Core. Der läuft aber auch im Energiesparmodus mit 286 MHz bis 1,5. Und der hier läuft mit 221 mit bis 988. Also müsste der sogar noch viel länger mit dem Akku halten. Weil der Akku einmal größer ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Weil er weniger Kerne hat und weniger Rechenleistung im Standard-Takt benötigt. So. Wir sehen jetzt hier schon die beiden Rechenkerne. Hier stoppt er relativ schnell. Hier läuft meistens immer nur eine CPU. Bei 598 MHz. Das ist also ultra energiesparend. CPU-Laut sehen wir bei beiden. Gucken wir mal ganz kurz. Passiert da was? Achso. Müsste ich wahrscheinlich einmal so ziehen. Einmal so ziehen. So. Jetzt haben wir es. Geht der CPU-Laut hoch. Links die Mali-T720. Hier Mali-T860. An sich schon mal nicht schlecht. Reicht auf jeden Fall zum Zocken. Reicht das ein bisschen aus. Nebenbei. Hier steht nochmal direkt drin. Das ist Mark V. Das BV7000 Pro. Dann haben wir bei beiden. Es steht ja immer nur statt 5 Zoll 4,59 Inches. Also Zoll. Warum steht eigentlich 4,5? Und niemals 5 Zoll. Verstehe ich auch nicht. Kann mir das vielleicht mal einer erklären. Ansonsten DPI. Dots per Inch. Die Screen-Sensitivität. Obwohl beide 5 Zoll haben. Hat das hier 480 DPI. Und das hier 320. Das heißt. Das hier ist so gesehen empfindlicher. Hier 4 GB RAM. Wovon 3,8 angezeigt werden. Hier 2 GB RAM. Wovon 1,9 angezeigt werden. Ansonsten. Interne Storage von den 64 GB. Sind 54 verfügbar. Ich habe jetzt noch 51 GB. Die ich nutzen könnte. Ich habe schon ein paar Apps drauf gemacht. Hier wären 12,27 GB. Statt 16 drauf. Und 10,5 sind davon noch nutzbar. 1280, 720. 1220, 1080. Also soweit eine ziemlich coole Sache. Nicht ausgehen jetzt hier. Was soll das? Ansonsten der Memory, der Aviable RAM. Also Aviable RAM. Wie spreche ich das aus? Der verfügbare RAM, Freunde. Der ist an der Stelle hier bei beiden ziemlich gleich. Wie gesagt. Plus, dass das hier halt mehr hat. Android 6.0 bei beiden. API Level. Keine Ahnung, was das ist. Hier steht es nochmal drin. 5.3.2017 ist der Security-Patch. Hier ist vom September 2016. Seitdem kam auch kein Update mehr. Ich bin gespannt, ob da nochmal eins kommt. Beide sind nicht geroutet. Der läuft ja schon seit 3 Tagen durchgehend. Daran sieht man, dass der Akku gut ist. Er ist immer noch bei 32%. Und das war es dazu. Akkukapazität von der Voltzahl. Klar, der ist ja bei 80% geladen. Hat halt 4 Volt immer noch weiterhin bei 26 Grad. Und der hier hat 25 Grad. Also nimmt sich beides nicht viel. Thermalsensoren sind größtenteils gleich. Wie man das Ganze jetzt hier so erkennen kann. Da ist kein großer Unterschied. Die laufen halt beide so relativ im Standardmodus. Hier haben wir allerdings den großen Unterschied. Das wäre hier natürlich. Und hier haben wir beides Lichtsensor. Den Proximity. Den Proximity. Proximity. Genau. Den Accelerator. Beschleunigungssensor. Hier haben wir aber Gyroskop noch. Magnetometer für Kompass. Und, und, und. Das heißt, hier haben wir eine bessere Ausstattung an Sensoren. Ja, das war es dazu. Hier kommt erstmal direkt die Werbung. Aber nicht in eigener Sache. Wäre ja auch Quatsch an der Stelle. Beide, wie gesagt, eine Frontcam. Die Videos zu beiden stelle ich nochmal nacheinander direkt online. Jetzt weiß ich nicht, ob der Antutu Benchmarktest direkt noch die Ergebnisse gespeichert hat. Ich hoffe, er hat es trotzdem gespeichert. Das ist schon mal gut. Das heißt, das Blackview 7000 Pro hat 43.378 Punkte. Der hatte 21.563 Punkte. Ist beides schon so getestet, wo noch nicht viele Apps drauf waren. Das heißt, ich installiere immer nur Antutu und CPU-Z, damit ich wirklich noch nicht viel Speicher belegt habe. Und damit das Phone auch noch nicht total im Hintergrund ausgelastet wird. Diesbezüglich sind das die RAW-Ergebnisse. Und mehr kann da auch nicht passieren. Es sei denn, ein Software-Update macht das Ganze halt noch etwas besser und übersichtlicher. So, an sich. Wir können jetzt mal spaßhalber gucken. Aber das bringt jetzt so gesehen auch nicht sonderlich viel. Wir können ja mal hier gucken bei dem Akkuverbrauch. So, weil das habe ich jetzt hier natürlich gestern erst aufgeladen, dieses jetzt hier. Da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht. Aber ich wollte so ein Vergleichsvideo einfach nochmal aufstellen. So, wenn wir jetzt hier direkt so schauen. Wir sind jetzt hier beim Akku. Der wäre jetzt hier. Was ist denn das hier? Das ist so ein Fussel. Ich habe schon gedacht. Display kaputt oder was? Jetzt ist er weg. So. So hier an sich sehen wir, wie das Ganze so funktioniert. Gestern aufgeladen auf 100% allerdings. Wie gesagt, in der Zwischenzeit, ich glaube, 3 GB an Apps runtergeladen. Wir müssen mal ganz kurz schauen hier beim Datenverbrauch. Ach nee, 2 GB habe ich gestern runtergeladen. Das heißt, der lief ein wenig und hat da natürlich ein bisschen was verbraucht in der Zeit. Und der hier lief, glaube ich, nicht sonderlich viel. Also der hat hier nicht viel Apps verbraucht, beziehungsweise viel Daten. Ja, der lief nur so. WLAN. Ja, knapp 330 MB. Also nicht viel. Der lief halt jetzt im Standby längere Zeit. Deswegen habe ich gedacht, lass einfach mal laufen. Und dann passt das ja ganz gut, wenn man die Akkukapazität zunebeneinander stellt. Ruhezustand hier an der Stelle sehen wir ja dann. Der hat 2000, was? Nee, das kann nicht sein. 28.307 mAh hat er niemals verbraucht. Weil das wäre ja eine 30.000 mAh Powerbank in den 11 Tagen. Aber das kann halt nicht sein. Aber ich habe den auch nie vollgeladen auf 100%. Deswegen hat er sich nicht resettet. Das ist das Problem. Das war auch das Problem, was ich angesprochen hatte. Beim Umi Super hat dieser Akkuverbrauch nie hingehauen. Und dann nach einer Weile hat es wieder funktioniert. Nach einem Software-Update. Da es hier keins für gibt. Pech. Hier gibt es schon eins für das 90 MB Kurs. Werde ich mal demnächst runterladen. Allerdings steht da nur den Bugfixes. Ja, keine Ahnung, was damit immer gemeint ist. Irgendwas, was halt nicht richtig funktioniert. Ja, hier seht ihr, wie gesagt, so die Akkuverläufe. Wie man das Ganze so sieht. WLAN ist dauerhaft auf jeden Fall immer an. Wenn ich jetzt hier so draufgehe, WLAN ist auch an. Und Mobilfunksignal ist jetzt hier eigentlich, weil ist ja keins vorhanden. Hier habe ich halt Mobilfunksignal auch noch mit drin gehabt. Aber halt stellenweise und erst zum Schluss. So an sich. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Stunden lief der. 12 Stunden im Display. Ne, das kann auch nicht sein. Okay, das ist also so eine unrealistische Angabe, weil ich den, wie gesagt, nie auf 100% geladen habe. Erst dann resettet sich das komplette System. Ladet ihr den immer noch bis 80, 90%, dann läuft der einfach so weiter. Gut, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Zwei coole Outdoor-Smartphones, wie man jetzt hier so sieht. Die optisch gesehen gar nicht mal so verschieden sind, weil sie halt gerade unscharf bleiben. Wieso, wieso, wieso wird das jetzt hier nicht scharf? Was soll das? So, wir machen mal ganz kurz aus. Noch einen direkt 360-Grad-Blick. Wenn wir jetzt hier die beiden so nebeneinander halten. Optisch finde ich sie beide sehr schön, wenn man, wie gesagt, auf solche Typen von Smartphones steht. Es muss halt nicht nur smart sein, es muss auch stabil sein. Das sind die hier definitiv. Und wenn man jetzt hier direkt nochmal schaut, hier die Hintergründe von beiden, die sehen eigentlich gleich aus fast. Ja, beziehungsweise hier, hier, damit die Kamera übrigens keine Kratzer kriegt, ist ja hier immer so ein Ring drum. Die haben hier einfach auf der Rückseite noch sowas angebaut. Und hier ist die Kamera etwas weiter drinnen, damit das Displayglas nicht zerkratzt. Displayglas sieht man, hier ist ein bisschen mehr Blautouch drin als da rechts. Was an sich eine ziemlich coole Sache ist. Outdoor-Lautsprecher, sage ich mal. Wir haben hier einen Lautsprecher, wir haben hier einen Lautsprecher. Kommt mir da immer gar nicht so wichtig drauf an. Wichtig ist für mich immer der folgende Punkt, dass man Bluetooth hat und das hat man definitiv. Achso, ganz kurz nochmal hier, um vielleicht den Akku nochmal, den herausnehmbaren Akku, das Creve zu zeigen. Mal ganz schnell ausschalten. Creve, an der Stelle das Branding nochmal. Wo geht denn das Teil überhaupt auf? Es ist schon aus und ich habe immer noch dicht das Ding gefunden, wie man es öffnet. Irgendwo öffnet man den hier. Auf jeden Fall ist das ein riesengroßer Akku. Ach, hier unten, da wird es geöffnet. Plastikabdeckung halt. Oh, ist auch ziemlich dünn, also muss man aufpassen. Der Rest vom Handy, wie gesagt, ultra dick. Die Abdeckung hier ultra dünn. Was wichtig ist noch am Rande nochmal ganz schnell. Und dieses Gerät hier, doch mal bitte, bricht bloß nicht kaputt. Guck mal hier, ist halt wirklich sehr flexibel. Dürfte also nicht kaputt brechen, sage ich mal vorsichtig. Kann man festschrauben. Es sind vier Schrauben mitgeliefert. Und die vier Schrauben, die haben hier oben, kommen da rein. Und dann sitzt das Backcover noch fester. Weil, warum? Zwecks der IP-Dichte haben wir hier einen Gummiverschluss hinten dran. Und wenn wir das Ganze mal vorsichtig abziehen, kommt dann drunter zu Tage, guten Morgen. Und eine Riesenbatterie. Also wirklich so eine große Batterie. Also ich glaube, das hat nicht mal das Note. Guckt euch mal diesen Klopper an hier. Und der hat tatsächlich, wo steht denn die Kapazität? 4.700 mAh. Und direkt wieder unscharf geworden. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, alleine schon wegen diesem Riesenakku ist das eigentlich mein Favorit hier für längere Zeit. Wenn man denn wirklich jetzt hier mal, ja, was soll ich sagen, jetzt hier online sein möchte oder Videos gucken möchte. Da sind schon fünf bis sieben Stunden locker drin. Hier oben auch Dual-SIM-fähig. Allerdings, ich glaube, hier war Dual-SIM-fähig sogar mit zweimal normaler SIM. Oder war das einmal Mikro-SIM und einmal normale SIM? Ich glaube, einmal normale SIM und so. Und extra TF-Karten-Slot. Wiederum hier ein Vorteil. Hybrid-Slot ist jetzt nicht so mein Ding. Finde ich immer persönlich. Habe ich zwar beim Umi-Super auch. Aber das Umi-Super hat ja auch 32 GB zum Beispiel. Schönes Teil vom Akku, ja. Und damit kann man ganz gut leben. Das Apollo Lite, welches ich mir auch schon mal angeschaut habe, ist an sich auch nicht schlecht. Aber hat zum Beispiel auch nur beim Hybrid-Slot die Möglichkeit, ich gleich mal einmal Nano-SIM und einmal Mikro-SIM. Da müsste ich wieder die SIM-Karten entweder neu bestellen, beziehungsweise zurechtstutzen selbstständig. Und da ist es mir immer zu schade, nicht dass die SIM-Karte sich dann doch wieder verabschiedet. Hier ist es praktischer. Hier passt die direkt große SIM-Karte rein. Hier, wie gesagt, Hybrid-Slot ist auch wieder schlecht. Aber na gut, was will man machen? Aber dann lieber doch ein extra Mikro-SD-Karten-Slot. Die Handys sind doch groß genug. Aber hier hat man halt das Problem, man geht halt nur von der Seite rein und hier kann ich direkt hinten drauf zugreifen. So, das war jetzt doch ein bisschen länger, als ich eigentlich gedacht habe zu quatschen darüber. Na gut, wer da Bock drauf hat, guckt sich die Amazon links nochmal an. Ich habe die Produkte nochmal in der Beschreibung verlinkt. Wer auf der Suche nach einem Outdoor-Smartphone ist, ist, glaube ich, mit einem von beiden Geräten gut bedient. Mir gefällt, wie gesagt, das Creve. Auf jeden Fall sehr gut für Zwecks des größeren Akkus. 3.500 versus 4.700 ist schon ein deutlicher Unterschied. Hat zwar, wie gesagt, nur 720 Pixel, aber dafür gibt es ja auch zum Beispiel bessere Phones. Bis dann, auf Wiederschauen.